Das ist nicht cool, dass die jetzt schon keine One-Shots mehr sind. Oh nein! Dann sind deine gescheateten Waffen wohl doch nicht mehr so gut. Sind die nicht gecheatet? Die habe ich geschenkt bekommen. Was habe ich doch gecheatet? Hacker. Sowas habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Ich bin auf jeden Fall ziemlich gut. Vorsicht, da drin ist Trouble. Eine ehrenvolle Prüfung steht vor der Tür. Ich hoffe, du bist gut gewappnet. Hat's wehgetan? Hahaha. Der war voll drauf, aber... War ja auch... Borderlands hat halt auch... Ich glaube, der wollte gerade sagen, dass er sich hier gibt. Nicht für ihn. Ja, er sagt irgendwas. An demnach gehört auf zu schießen. Hahaha. Ich habe dir eine Ausstellung gemacht. Na klar. Warum auch nicht? Richtig. Bosskampf. Ja, drei Eier. Hahaha. Hahaha. Du hast dir den falschen rausgetogen. Ahhhh. Ja, drei Eier. Ja, drei Eier. Hahaha. Hahaha. This is important information. Hahaha. Das ist eine blaue Pistole auf jeden Fall. Das ist eine blaue Pistole auf jeden Fall. Oh. Äh... Schrot hat seine Brust. Lila, die nicht besser ist als meine. Klar. Nehmen wir es auch noch mit. Ich weiß nicht, auf was für Waffen du so gehen willst. Ah, Pistolen mag ich in der Regel. Ich hätte wohl so ein bisschen auf Sniper gehen. Was? Hahaha. Hahaha. Der passt denn jetzt wo im Sniper, die zu fertig sind. Ja. Uh, die ist besser. Oh, joik. Erfreulich ist Level 6. Oh. Aber ich bin nur auf 5. Oh, 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 ich bin nur auf 5. F. Flinsge. Oho. Eine Kraute Kiste. Super Sniper. Hier ist noch ne Sniper. Ich weiß. Da waren zwei drin. Ey du Arsch. Interessant. In der Tat, in der Tat. Hey Lud. Nichts Wichtiges. Dein Platz. Sag ich doch. Nichts Wichtiges. Das war der erste Schritt auf deiner Reise. Du musst auf mich hören. Es ist unwichtig wer ich bin. Zunächst musst du wissen, es gibt die Kammer. Man wird versuchen dich abzulenken, dich auszunutzen. Aber du darfst dich nicht von deinem Ziel abbringen lassen. Die Kammer ist hier und wir finden sie. Diese Welt ist voller Gefahren. Wacke dich und zieh los. Ich beobachte dich. Wacke dich. Wacke dich. Wacke dich. Doppelläufig. doppelläufig es ist vorbei anakin ich habe den high ground es ist vorbei anakin ich bin high oh freunde ist gelogen du hast keine freunde es ist es 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 meiner ep wenn ich sachen töte möglich und erklär warum ich schon lebt ja du klaus mir an dauernd die kates also würde das sinn machen oder 82 ep bekommen von dem ich hab da gerade nicht darauf geachtet ich wurde gerade gepinkt 50 88 krass du hast dich unsichtbar gemacht ja waren nicht so nett die leute meinst du ist mir jetzt überhaupt lang wir sollen wieder zurück aber wir können hier erstmal rumschauen wusstest du, dass ein hart, medel, gesundheitszustand und schissstärke deines Gegners anzeigen kann, denn nun ein Fadenkreuz auf ihm recht ist? NEIN desto gefährlicher ist er, ziehst du einen Totenschädel, macht die Kliebe auf dem Schraub nee, dann gehen wir jetzt recht rein Kerngedanke? rein richtig wir sind Level 8 Level 9 ich meinte sie ist gefährlich du bist fast tot ah das sind ziemlich viele ja war dein Fallschück noch? was soll das denn ein Schwachpunkt in ihrem Mund ist? mal das hinsetzen wo unten sind nur mehr ops sie der Bloodwing hm 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 Galata! Bun! Ufozy doesn't do badass Ich bin gleich tot Ich weiß, aber ich kann nicht viel machen Weil du One-Shotted Ich habe noch sehr viel Leben Oh, ich seh's Glück habe ich mir ein Medikit gekauft Mist hat er einen gefunden Ich bin gleich Ich bin gleich Ich bin gleich Ich habe gerade nicht auf dich geschossen Nee Ich habe gerade auch nicht zweimal an ihm vorbeigeschossen Das war gerade mega abgehackt Ich bin gleich Nein Oh, das sind zwei Ähm, ja Ja Wenig sagen Aber Das wird so nichts Was 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 Ich Ich Mach mal einen auf Elfapissimo Was 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 Oh, holy crap! Lens zu holen. Okay, ich habe hier eine SMG gefunden. Mehr auch nicht. Worth it. Ich weiß nicht. Nice. Was? Das gefällt dir nicht? Ich sage, wir machen mal weiter, ne? Ich denke, wir jetzt hier eine halbe Stunde rumgeeiert haben. Ah, Baba la Quatsch. Ja, und wollen wir es lang? Also, vielleicht kriegen wir eine Quest, wo wir hier eh hin müssen. Ich helfe. SMG-Kenntnisse erhöht. Ich habe mit der Granate gebrochen. Kannst du da oben irgendwie die Treffer hier auch machen? Ich habe keinen Bock außen rum zu gehen. Gute Frage. Gibt es doch bestimmt irgendwo eine Hebel. Gibt es doch bestimmt irgendwo eine Hebel. Nein, oh. Der Loot war bestimmt eh. Gute runtergefallen. Wenn du eine Behandlung brauchst, immer einspaziert. Aride Badlands. Ich liebe Aride Badlands. Ich nicht. Die sind so arid. Aber sie sind Badlands. Ich bin so arid. Ich bin so arid. Es gibt hier eine Hebel. Ich bin so arid. ruckelt tatsächlich ein bisschen bei mir ja bei mir auch sieht aber eher nach einem desync bei mir aus den smg 3 gleichzeitig 4 ich habe ich gesucht danke einiges ich habe mein gefühl dass die performance von dem spiel nicht so gut ist ja irgendwie läuft es gerade nicht so gut also an sich grafik und so sieht alles borderlands aus aber jedes mal wenn ich meine maus bewege fühlt sich das irgendwie nicht so nicht so smooth an wie es soll ist game of the year in hahnst ich bin stella du solltest mir ein drink besorgen damit wir das feiern können sie auf dem schwarzen brett nach ob sonst noch einer einen job für dich hat ich habe zwar keinen abschluss im medizin aber mit einer kugel im leib ist dir das egal ich halte die medizinischen geräte am laufen mehr oder weniger oh brauchst einen raketenwerfer ein raketenwerfer kostet 4100 brauchst level 10 dann werden wir dann das eine noch das andere kaufen sie eine waffe die so präzise schießt wie sie selbst wir sollen das nicht ich könnte mir leisten weil ich mir schon mal eine waffe geholt habe beziehungsweise die klebegranate wenn du als erster bei der kammer sein musst du die konkurrenz aufschalten mit sonst ab für 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 die Untertitelung des ZDF, 2020